hallo und herzlich willkommen zurück zu sankenland wir wollten die rüstung bauen ich habe jetzt die weste noch acht fasern und 15 läppchen nämlich mal 20 aus acht ballistische faser hier drin was machst du denn da drin ich baue ich jetzt mal also eine bessere waffe bringt es bei mir halt nicht habt ihr bestimmt schon mitbekommen da bin ich richtig so rüstung ok rüstung hier ja meine alten sachen reingepackt und was wäre dann in dem fall die armee westen die denn hin zwischen ja ok nicht sie die an sehr sehr gut sieht richtig gut aus jetzt fehlt mir eigentlich nur noch dieser super duper hyper helm mir fehlen vor allen dingen sachen also hier war zwar zwischen den folgen ein bisschen farben aber es gibt auch kein wasser oder so okay so wir trinken dann ist man noch mal ein bisschen was die fünf die schmeiße ich auf jeden fall mal hier in den schmelz rufen da unten hin ich da okay aber da durch ja schmelzofen und noch ja das habe ich sechs ne ich brauche zehn für die m16 war das so ja das war so ne 10 für die m16 schwierig das ist ja alles essen stoff und dingens brauche ich für die flagge ja komm dann lass uns noch mal angreifen irgendwo wir haben es jetzt 10 uhr 8 ja ja ich habe ändern hallo rein so schauen wir mal okay den klinten außenposten kliff dann kliff dann außenposten ja 0 prozent gelootet das ist ein bisschen 0 prozent ich habe da sachen rausgenommen egal wir gehen jetzt zur schreckensburg würde ich mal behaupten warte wir sind ausgerüstet wir haben essen genug der verband ist da das ding ist da okay ja dann wo ist er genau in die richtung wo ich gucke ja dann los der rittes tk ja im original valküre egal wir sind es oben ach man jetzt habe ich ja ein paar sachen vergessen man sieht es das gibt bloß 50 energie okay aber da habe ich nur zwei okay wir wir nähern uns dieser schreckensburg ganz ganz vorsichtig also die bump maps hier im spiel ja sind ein bisschen übertrieben warte mal da ist doch so ein typi wenn ich den durch die leiter ja ja ich könnte den vielleicht erschießen also 248 guck mal 120 der müsste tot sein oder schreckensburg eh jo oh warte da ist noch einer da oben ne da war immer nur 48 damage ja drüber 48 nachladen das gute ist das sind acht schuss ne nicht wie beim repetiergewehr ach man jetzt hört mal auf da rum zu laufen aber ich ich sehe dich doch das heißt nicht dass ich dass ich dich treffe warte da crouch darum unfassbar irgendwie können die mich nicht treffen oder jetzt zeig ich dich ich muss einfach nur warten ne oder wenn ich da hinguck kommt er nicht wenn ich da hinguck kommt er dann dann kommt er wieder zurück unfassbar weg ne jetzt oder okay ich wurde entdeckt das ist nicht gut okay ja da sehe ich da nicht ein köpfchen warte da oben nicht so ein köpfchen da da ist er guck ja gut das ist hier eine sniper position die gibt es bei pvp normalerweise nicht die schreckens burg ich mir da nicht zu viel aufgebildet habe ja wenn man sehen wenn man sehen Gleich so. Jups. Läuft er. Ich lasse halt immer die Maustaste los, ne? Um zu gucken. So, ich muss mal ein bisschen weg. Okay, ich habe nur einen erschlagen, ne? Also einen kaputtgeschlagen. Ja. Soll ich jetzt rein? Ich habe mal wieder nichts mitgenommen. Guck mal. Und den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da ist er. Komm raus. Wo ist er? Ist er da? Man sieht es halt nicht. Wie kacke kann das denn sein? Dass man die Gegner nicht sieht? Ja. Wieder Alarm. Okay. Dieses Mal vielleicht nicht direkt rein stürmen. Wäre eine gute Idee. Könnte ich einen Vogel abschießen. Okay. Warte mal. Das Ding ist... Die haben nicht einmal auf mich geschossen? Ist das richtig? Hm. Warte. Mampfi, Mampf. Und... Ja. Mampfi, Mampf. So. Wasser fehlt. Wasser fehlt? Nee. Fehlt nicht. Hab ich hier hinten, ne? Warte. Dieses Boot, ne? Mann. Das Bo. Das Bo ist doof. Äh. Hier, ne? Ja. Warte. Würde ich auch mitnehmen. Das hier. Nee. Hier nicht. Okay, gut. Wir gehen auf Schrotgewehr. Und dann gucken wir mal. Äh. Weil ich hab ja nix. Doch. Ich könnte vielleicht eine Plattform bauen. Aber die bringt mir nix, ne? Weil ich hab keine Läppchen. Doch. Ich hab ein paar Läppchen mit. Warte mal. Ähm. Bauen. Hm. Wo ist das Ding? Hier. Nee. Nee. Das einfach. Das kostet fünf. Kostet fünf. Ja, ja. Okay. Fünf. Das könnte ich machen. Und was kostet denn, äh? Äh. Zwölf. Nee. Acht. Und. Acht. Und. Was brauchte ich? Zehn. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur zwölf. Also gut. Ja, dann. Wie immer. Ran an die Putze. Ist das eine Leiter? Hier ist irgendwo eine Leiter. Ah, ja. Ah, ja. So, von wo wird hier geschossen, bitte? Von da oben? Wieso könnte die nicht durch, äh, die Sachen da treffen? Hm. Aua. Könnte ich die Wände schießen? Nicht gut. Gar nicht gut. Hallo, Leute. Wo seid ihr? Warte, ich guck. Da oben ist doch bestimmt noch mal. Nee. Der ist runtergefallen wahrscheinlich. Ha, ha, ha. Sehr gut. Äh. Ich lebe noch. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich lebe. Hä? Die sind wahrscheinlich da unten, oder? Irgendwo. Okay, gut, dann. Leute. Ich blünder mal euren PC. Äh, PC. Ach, nee. Nee. Was? Was war das? Ein Fernglas? Habt ihr sie nicht mehr alle? Äh, hab ich... Äh, nee, hab ich nicht. Ach, Mist. Ja, was sind sie denn? Hallo? Na gut, dann blünder ich halt, ne? Jetzt ich mal... Ist er weg? Ist er tot? Wie, huck. Wie, wie, huck. Nein. Muss ich jetzt ein Mädchen erschießen, oder? Also, mag ich nicht. Hm. Nee. Guck mal. War das was, Mädchen? Nee, es war ein Typ. Komm jetzt. Hey! Können wir nicht Freunde sein? Bräulein? Bräulein? Bau? Was weiß ich? Äh. Geht hat nicht. Scheinbar nicht. So, wo sind meine... Ah, die habe ich im Boot. Okay, gut. Ähm, dann nochmal irgendwie hier runter. Warte. Jups. Guck mal, sonst Boot. Okay. Hallo? Das Boot, ne? Das ist so buggy. Aber geht. Okay, gut. Habe hier die... ...Dinger drin? Jups. Habe ich. Sehr gut. Okay. Dann würde ich die mal da hochwerfen. Warte. Oh, da ist sie. Äh, Tanda Maria. Nee, das war sie nicht. Das war die nicht, ne? Ist noch irgendwo ein Gegner. Ah, warte. Ah, warte. Ah, warte. Ah, warte. Ah, warte. Ah, warte. Okay. Hm. Ja, gut. Diese Insel ist gekleert. Die Schreckensburg. War gar nicht so schreckenshaft, ne? Oh, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Ich will jetzt endlich die M16 oder sowas haben. Da muss ich noch ein bisschen bauen. Okay. Bis morgen. Habt euch gut und tschüss. Die Schreie folgen. Wer nicht! Wir sehen uns vorher.